Ein neuer Job als Influencerin. Hi, ich bin Nini. Ich fang heut hier an. Doch Fame ist nicht umsonst. Du musst wissen, was du der Welt da draußen zeigen möchtest. Und schon explodieren ihre Follower-Zahlen. Verleicht das überhaupt? Wer ein Leben in der Öffentlichkeit will, muss mit den Folgen rechnen. Ich bin Hunter. Meine Beute Influencer. Hey Leute. Hi Leute. Herzlich willkommen zu meinem Stream. Die neue Serie Echt Fame. Ab Montag 15.55 Uhr. Neu. Ab Montag 15.55 Uhr.